Ich denke, eine ist ein Zeugreis. Zwei noch. Oh! Oh! Sehr gut! Ich habe es gesehen, aber du hast ihn mit ausgesehen, der Stichbewegung gemacht. War die erste Runde Treffer? Nein, das ist so. War die erste Runde Treffer? Ich will doch nur auf der Treffer. Jetzt soll ich... ... ... ... ... Fahr nicht auf! ... 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 Ich hab noch Stügel drin, dass ich die haben. Oh, es liegt's! Ja, da oben ja. Noch keine. Das ist alles schön so durchsiegelnd. Ach, Mann! Ah, Mann! Guten Tag! Hi, Danny! Haben die jetzt die Kuppertür oder was? Na, schau! Oh, das ist nicht schön! Du bist aber dran, guck mal nach! Ja, da hast du die Windmühle gemacht! Ja! Ach, Dammwachs! Ach, die Schwerden! Hättest du dich noch eingezogen jetzt! Das ist der Hammer, gell? Das ist der Hammer, gell? Wär der 10 jetzt gewesen! Wär der 10 jetzt gewesen! Wär der 10 jetzt gewesen! Das war aber ein Doppel! Das kriegen wir aber nix! Wär dir klappen können! Oh, wer ernsthaft, ey! Ich hab' dann durchlaufen müssen! Ich war zu lange oben! Holger, Holger, Leinstein! Das ist auch gut. Ja, gut. Ich bin noch der Hose nass. Ach so, ich bin übergesteuern und das. Ja. Ich würde mal mal probieren.